Hallo meine Lieben, hier ist Mama Nadja mit deinem Kanal für Spiele, Ideen für Zuhause, Baby- und Kleinkindentwicklung, Montessori-Erziehung und positive Disziplin. Wir befinden uns gerade in unserem Bad und ich möchte euch zeigen, wie wir unser Badezimmer für die Kinder vorbereitet haben, so dass sie sich selbstständig helfen können. Dieses Video ist ein Teil der Videoreihe Montessori Step by Step, wo ich euch Anleitungen und Tipps gebe, wie ihr mit Montessori-Pädagogik zu Hause schnell und unkompliziert starten könnt. Falls du neu auf diesem Kanal bist und das erste Mal dieses Video ansiehst, mein erster Tipp war, mit der vorbereiteten Umgebung zu starten. Vorbereitete Umgebung ist ein Begriff aus der Montessori-Pädagogik. Wenn du nähere Informationen zu diesem Begriff und insgesamt über die Montessori-Pädagogik haben möchtest, dann empfehle ich dir, dieses Video anzuschauen. Da gehe ich näher auf die bestimmten Begriffe ein. Hier möchte ich nur sagen, dass wir ja mit der Vorbereitung unserer Umgebung starten und heute befinden wir uns in dem Badezimmer. Die Vorbereitung vom Eingangsbereich, Küche, Essbereich und Wohnzimmer habe ich bereits mit euch geteilt. Bei Interesse könnt ihr die Videos anschauen, die werde ich in der Infobox verlinken. Der Leitsatz, das Hauptmotor der Montessori-Pädagogik ist, hilf es mir selbst zu tun. Das heißt, wir bereiten unsere Umgebung so vor, dass unsere Kinder selbstständig sein können, dass wir nicht alles für unsere Kinder machen, sondern wir bereiten diese Umgebung und schaffen Rahmenbedingungen für unsere Kinder, dass sie in ihrem Wunsch, selbstständig zu werden, unterstützt werden und die Möglichkeit haben, selbstständig zu sein. Genauso im Badezimmer überlegen wir uns, was können wir unseren Kindern anbieten, dass sie selbstständig ihren eigenen Körper pflegen, weil das ist etwas, was wir im Badezimmer machen. Das Erste, woran man denkt, ist natürlich Wasser und wie kommt mein Kind an das Wasser dran? Es gibt mehrere Möglichkeiten im Montessori-Kinderhaus zum Beispiel, machen sie sogar solche kleine Waschbecken, die auf das Niveau, auf die Ebene der Kinder angebracht werden, so dass die Kinder selbstständig drankommen können und mit beiden Füßen stehend auf dem Boden sich unabhängig Hände waschen können. Es könnte auch zum Beispiel ein Montessori-Learning-Tower sein oder ein Stepstool oder ein Hocker, wo die Kinder einfach an das Niveau von Erwachsenen gebracht werden können durch diese Hilfestellung. Und das ist etwas, was wir in unserem Bad haben. Wir haben einen Hocker. Den kannst du an den Waschtisch dran stellen, so dass dein Kind selbstständig zum Wasser kommen kann. Wenn das Kind jetzt an dem Wasser ist, am Wasserhahn, zeigst du deinem Kind am Anfang, wie das Kind Wasserhahn einstellen kann, so dass es sich nicht verbrennt, wenn das Wasser zu heiß ist. Bei uns ist es ziemlich einfach. Wir stellen das einfach in der Mitte. Ich habe das auch mehrmals den Kindern gezeigt, dass dieser Hebel soll in der Mitte sein, so dass das Wasser angenehm warm ist und die Kinder können sich nicht verbrennen. Wenn die Kinder selbstständig die Hände waschen sollen, sollen sie natürlich auch Zugriff zur Seife haben. Und da gibt es auch zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es den Kindern Kinderseife in der Schale, wie das wir haben, oder es gibt Möglichkeiten, flüssige Seife anzubieten. Und dort muss man etwas aufpassen, das hängt von einem Kind ab. Manche Kinder mögen unheimlich zu drücken. Und manchmal werden sie vielleicht mehrmals diesen Drücker betätigen und ziemlich viel Seife herausbekommen können. Eine Möglichkeit, das zu reduzieren, ist einfach die Seife in individueller Seifenspende umzufühlen. Das sind so Reißer-Seifenspende. Und dort die Menge von dieser Seife quasi reduzieren, so dass das Kind nicht die gesamte Packung, die gesamte Flasche leer pumpen kann. Wenn die Kinder die Hände waschen am Wasserhahn und die Hände gewaschen haben, wollen sie natürlich die Hände abtrocknen. Dafür brauchen sie auch Zugriff zu ihrem individuellen Handtuch. Man könnte auch in der Nähe von einem Wasserhahn kleinen Haken anbringen, so dass die Kinder selbstständig quasi Handtuch in die Hand nehmen können und die Hände abtrocknen können. Da muss man auch aufpassen, dass Handtuch entsprechende Schleife hat, so dass die Kinder auch selbstständig später Handtuch zurück an den Platz aufhängen können und dass die Kinder auch das in guter Greifbarkeit haben. Du musst natürlich schauen, wie das Bad bei dir aussieht, welche Möglichkeiten du hast. Einfach schauen, was bequem für dein Kind ist. Was noch gut im Bad zu haben ist, ist ein Spiegel, in dem die Kinder sich sehen können. Das ist sehr praktisch, wenn die Kinder Zähne putzen, wenn die Kinder sich das Gesicht waschen, dass sie auch sich anschauen können und sehen können, was sie da tun. Das ist jetzt kein echter Spiegel, das ist Acryl, glaube ich, aus Acryl gemacht. Ich werde das alles übrigens verlinken in der Infobox. Falls es nicht hier ist, das verlinke ich dann in der Infobox, damit ihr nachschauen könnt bei Interesse. Übrigens, ich wurde auch in den Kommentaren gefragt, Ab wann lohnt es sich, das Ganze einzurichten, beziehungsweise ab welchem Alter kann das Kind sich selbstständig helfen? Die Frage stand unter dem Video zur Küche, aber das gilt auch eigentlich hier im Bad und so weiter. Also meine Empfehlung ist, das so früh wie möglich einzurichten, dass das Kind sich bereits an diese Umgebung gewöhnen kann. Auch ab sechs Monate alt merken die Kinder, wo ihre Zahnbürste liegt und merken die Kinder, wo ihr Handtuch hängt. Und das Ganze, die Pflege des eigenen Körpers beginnt eigentlich auch bereits mit sechs Monaten im Prinzip. Wenn das Baby den ersten Zahn bekommt, fangen wir an, die Zähne zu putzen. Und das kannst du deinem Baby gleich zeigen, wie man die Zähne putzt. Und das Baby darf auch am Anfang, immer erlaubt deinem Baby am Anfang selber die Zähne zu putzen, bevor du nachputzt. Und später, wenn das Kind gut stehen kann, ja, mit beiden Füßen, kann er schon einige Sachen machen. Er kann sich auch die Hände waschen, er kann sich auch das Gesicht waschen, mit dem Handtuch die Hände trocknen und so weiter. Und das Einrichten, das kann man alles so früh wie möglich vorbereiten und bereits für den Kind Plätzchen im Badezimmer finden, wo seine Sachen sein werden. Gehen wir jetzt weiter. Wenn wir jetzt bei den Zähnen sind, zeige ich euch, wo wir unser Regal haben, wo unsere Kinder die Sachen haben im Bad. Wir haben hier einen Schrank. Die Kinder können selbstständig diese Tür aufmachen. Und sie haben ein Regal, wo ihre Sachen liegen. Für beide Kinder habe ich jeweils ein kleines Körbchen eingerichtet mit dem Foto. Vor allem, als sie klein waren oder Andreas klein war, war das hilfreich mit dem Foto, sodass er weiß, wo sein Fach ist und wo das Fach seine Schwester ist. Und dort liegen solche Sachen wie Zahnbürste, Zahnpaste, irgendwelche Bodylotions und Schwäckchen, um sich zu waschen. Die Kinder können entweder das ganze Körbchen rausholen, aber normalerweise holen sie einfach diesen Becher raus und bringen diesen Becher ans Waschbecken und können sich die Zähne putzen und die Zähne spülen und dementsprechend wieder ans Platz zurückbringen. Untertitelung des Zähne Was haben wir hier im Bad, wenn sie sich waschen? Haben sie hier Waschlotionen? Das ist auch eine sehr große Flasche und da müsst ihr natürlich individuell an eure Kinder das alles anpassen. Falls ihr merkt, dass das Kind gerne Pumpe betätigt, der drückt und drückt und drückt und da kommt nur Waschlotionen und die haben einfach Spaß zu drücken, dann würde ich natürlich diese ganze Geschichte in eine kleinere Dose umfühlen und nur so viel Waschlotionen anbieten wie nötig. Ganz kleine Menge, das kann man täglich auffühlen und die Kinder haben nur die Menge, die nötig ist, um sich zu waschen, weil es ist eigentlich nicht nötig, ständig die Kinder zurückzupfeifen, wenn sie zu viel nutzen und immer sagen, nein, das ist nicht zu viel, ist es auch nicht schön für die Mama. Deswegen finde ich einfach im Vorfeld überlegen und im Vorfeld vorbereiten, sodass es zu diesen Situationen gar nicht kommen kann. Und bei uns ist es so, dass sie eigentlich das ganz vernünftig nutzen und sie spielen nicht so damit. Ihr guckt nach eurem Kind, falls euer Kind gerne damit spielt. füllt das einfach um und somit vermeidet einfach Konflikte. Nebendran haben wir ein kleines Säckchen mit ein bisschen Badespielzeug. Es ist jetzt nicht so viel, die Hälfte ist eigentlich im Garten, im Pool, im kleinen Pool, was wir haben. Was die Toilette angeht, haben wir hier bereits ein Töpfchen hingestellt. Das Töpfchen ist für Andreas, der ist momentan 18 Monate alt und das Töpfchen stand hier eigentlich seit seiner Geburt, im Prinzip, weil meine Tochter auch da gelernt hat, auf Toilette zu gehen und erkennt das Töpfchen. Aber ich empfehle das auch, dem Kind bereits mit 12 Monaten einzuführen und zu zeigen, wo man auf Toilette geht. Und du kannst jedes Mal morgens auf jeden Fall deinem Kind anbieten. Und das ist ein langsames Heranführen an diesen ganzen Töpfchen-Lernprozess, was bevorsteht. Deswegen ist es nicht schlecht, dass das Kind auch weiß, wo die Toilette ist, wo Mama auf Toilette geht. Und das ist ein Angebot. Ab dem 12. Monat oder ab dem Zeitpunkt, wo das Kind auch laufen kann, würde ich morgens zumindest das Töpfchen anbieten. Manche Kinder setzen sich gerne drauf, andere nicht. Da würde ich aber natürlich keinen Zwang erschaffen, also wenn das Kind das nicht möchte oder nicht bereit ist, dann nicht zwingen. Aber das steht da und irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo sie sich draufsetzen. Neben dem Töpfchen steht ein Korb mit Windeln. Im Prinzip ist es so, dass wenn das Kind anfängt zu laufen, wollen sie nicht mehr gewickelt werden auf dem Wickeltisch. Zumindest war das jetzt bei unseren Kindern so und ich habe das auch oft gehört, dass die Kinder einfach nicht mehr im Liegen gewickelt werden wollen. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Kinder. Manche liegen und haben kein Problem damit. Die anderen wollen gleich aufstehen. Also Andreas hat sich, ich konnte ihn seit dem 8. Monat, glaube ich, nicht mehr in Ruhe wickeln auf dem Wickeltisch. Und seitdem er steht, wickele ich ihm im Stehen und das machen wir auch hier im Bad. Und da ist auch das Töpfchen. Beim Wickeln biete ich ihm immer an, ob er nochmal auf Toilette gehen möchte und aufs Töpfchen Pipi machen möchte. Er sitzt aber nicht gerne auf dem Töpfchen. Im Gegensatz zu meiner Tochter. So unterschiedlich ist es. Und man kann das nicht entzwingen. Das ist ein natürlicher Prozess. Aber wie gesagt, das Angebot ist da. Momentan sind nur Windeln und Feuchtetücher in dem Körbchen drin. Aber wenn wir mit dem Töpfchentraining anfangen, und das werden wir eigentlich bald machen, werde ich noch die Unterwäsche reinlegen, sodass wir Unterwäsche wechseln können. Und ein paar Lappen, weil es am Anfang immer der Leben geht. Und dass das Kind auch weiß, wo das Lappen liegt, womit er Pipi aufsammeln kann, falls es zu einem Unfall gekommen ist. Meine Tochter nutzt so einen Toilettensitz, was hier auch aus Ikea ist. Also das Töpfchen ist auch aus Ikea. Finde ich super praktisch, weil dieser Einsatz kann man rausholen und gut sauber machen. Auf jeden Fall nutzt meine Tochter jetzt Toilettensitz. Sie hat auch entsprechend einen Hocker, damit sie hochkommt. Und je nachdem, wie alt euer Kind ist, müsst ihr dann überlegen, wie ihr diese Umgebung so anpassen könnt, sodass es seinen Bedürfnissen entspricht, seinem Alter entspricht, seinem Entwicklungsstand entspricht. Ich zeige euch hier nur unser Beispiel. Das muss nicht so sein, das ist jetzt nicht irgendwie Vorbild oder so. Ich zeige euch nur, wie wir das eingerichtet haben, wie das für uns funktioniert, wie das einfach für uns praktisch ist. Ihr macht das einfach so, wie das für euch passt. Und ich hoffe nur, ein paar Ideen zu liefern, ein paar Inspirationen. Oder vielleicht eine oder andere findet man interessant und will bei sich auch umsetzen. Oder man hat andere Ideen. Schreibt mir übrigens alles in den Kommentaren. Da freue ich mich, über eure Ideen nachzulesen und über eure Gedanken. Wie gewohnt machen wir kleine Checkliste, was man so im Bad machen könnte oder haben könnte. Je nachdem, wie alt euer Kind ist, passt ja das Ganze nochmal dem Kind an. Als erstes überlegt euch, wie das Kind zum Wasser drankommt. Zweitens, Seife. Einen kleinen Spiegel ist ganz gut. Und Haken oder irgendwo, wo das Kind sein Handtuch hat und wo das Kind sein Handtuch auch holen kann, also dass es griffbereit ist. Dann hat das Kind auch irgendwo ein Regal oder ein Körbchen, könnt ihr einrichten, je nachdem, wie viel Platz ihr habt und welche Möglichkeiten ihr habt. Ein Regal oder ein Körbchen mit seinen eigenen Sachen. Da könnte Zahnpaste, Zahnbürste, Haarkamen drin sein oder Schwämmchen, Waschlappen und so weiter, was ihr so gerne benutzt und womit ihr euer Kind pflegt. Bei der Toilette könnte bereits ein Töpfchen stehen mit einem Körbchen in der Nähe. In dem Körbchen könnten Windeln sein, Unterwäsche, Ersatzunterwäsche, Lappen, wenn man Töpfchentraining macht. Feuchte Tücher und so weiter, was man so alles brauchen könnte. Für ältere Kinder ist es ein Toilettensitz, ein Hocker, um auf die Toilette dran zu kommen. Für kleinere Kinder habe ich noch nicht erwähnt. Wir haben auch Windeleimer. Also Andreas, wenn ich ihn wickele, geht selbstständig und bringt seine Windel selbstständig in Windeleimer. Und wir haben einen Wäschekorb, wo sie auch trägige Wäsche reintun können. Aber es ist jetzt so ein gemeinsamer Wäschekorb. So einfach ist es. Man braucht ja nicht so viel. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren, ein paar Ideen liefern oder einfach zeigen, wie das möglich ist, ein Badezimmer für die Kinder einzurichten. Ich freue mich über eure Kommentare, über eure Ideen. Und im nächsten Video geht es um das Kinderzimmer. Ich zeige euch das Kinderzimmer von Andreas. Wiederum nach Montessori, inspiriert nach Montessori eingerichtet. Und solange du auf dieses Video wartest, empfehle ich dir noch diese Videos anzuschauen. Dort findest du weitere Tipps und Informationen, wie du Montessori schnell und einfach zu Hause anfangen kannst. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss!